Er hat schon länger das Gefühl, dass er mich gar nicht richtig sieht. Mensch Marie, bitte nicht jetzt. Er stellt sich raus, dass er ziemlich gut sehen kann. Nur halt andere. Klingt wie ein richtiges Arschlag. Mojo ist far from your average dating app and we are looking for a campaign. Du meldest dich mal an bei Mojo, Marie. Ich habe aber einen Freund. Nee, man muss ja nichts machen. Also du willst natürlich. Alexa, how am I gonna die alone? Playing We Are Not Alone podcast. So, you want to have your brain erased by aliens. Am I understanding that correct? What else am I supposed to do? Ja, dann verpiss dich doch! Fuck you! I hope you fucking die! Okay, bitch. War man nicht? Yes! 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 Ha 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 ha! Untertitelung des ZDF, 2020